Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Raven Software hat gerade nochmal ein Update rausgehauen für Warzone. Da wurde ein bisschen was an Waffen gemacht. Tatsächlich wurde die Amex nochmal verschlechtert und es gibt Änderungen an Solos. Und das soll den ganzen Endkampf in Solos so ein bisschen auflockern und ein bisschen verbessern. Was bei Solos gemacht wurde, ist, dass die Anzahl der Trucks reduziert wurde. Relativ stark. Also es gibt viel weniger Trucks in der Runde, weniger Laster in der Runde. Und die Idee dahinter ist einfach, dass im Endkampf weniger Leute mit einem Laster unterwegs sind. Und dass man eben auch eine Chance hat, wenn man kein Auto, kein Fahrzeug hat am Ende und eben zu Fuß unterwegs ist. Und dadurch soll eben der Endkampf aufgelockert werden und ein bisschen angenehmer gemacht werden für alle. Damit eben nicht nur die ganzen Lasterfahrer irgendwie den Vorteil haben. Und es ist so, dass Raven Software auch nochmal meint, dass es jetzt mehr Sinn macht, während einer Runde auf einen Laster zu schießen. Weil eben die Lasterfahrer nicht so viele Möglichkeiten haben, ihre Laster zu tauschen, weil es eben weniger gibt. Hört sich auf jeden Fall cool an. Hört sich nach einer guten Sache an. Es gibt ja trotzdem dann noch andere Fahrzeuge, mit denen man irgendwie über die Map kommt, mit denen man moven kann, während der Runde, während dem Midgame. Von daher denke ich, ist das auf jeden Fall eine Änderung, die in Ordnung geht. Wobei ich das Gefühl habe, dass diese ganzen Laster benutzt werden oder die Fahrzeuge benutzt werden in Solos, weil so viele Leute campen. Also die Leute haben gecampt und dann hat es sehr langsam angefangen, dass immer mehr Leute irgendwie mit Fahrzeugen unterwegs gewesen sind. Das heißt, das eigentliche Problem oder die Ursache für diese ganzen Laster, die im Endkampf unterwegs sind, die besteht halt immer noch. Von daher wird sich zeigen, wie angenehm Solos jetzt zu spielen ist. Und vielleicht muss man da mal irgendwie so ein bisschen was machen an Solos, damit in Solos ein bisschen mehr Action reinkommt, damit sich die Leute auch bewegen und damit eben nicht jeder irgendwie in der Ecke campt oder in dem Busch campt. Das fängt ja auch mit der Zeit irgendwie an. Falls ihr Solos spielt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu der Änderung sagt und ob ihr das Gefühl habt, dass die Leute ein bisschen zu langsam spielen. Ich selber kann das aktuell gar nicht so wirklich einschätzen. Ich bin in Solos eigentlich gar nicht mehr unterwegs, aber jedes Mal, wenn ich Solos getestet habe in der Vergangenheit, war es mir ein bisschen zu campy. Und deswegen spiele ich lieber mit Teams. Ich habe da das Gefühl, dass die Leute ein bisschen mehr pushen, sich ein bisschen mehr bewegen und das macht mir ein bisschen mehr Spaß. Dann wurden mit dem Patch einige Bugs gefixt, wobei es da auf jeden Fall immer noch Probleme gibt aktuell. Viele Leute haben immer noch den Death Error. Das ist ein Fehler, der dafür sorgt, dass man das Spiel neu starten muss. Das Spiel crasht einfach und das haben immer noch manche Leute. Und dann ist es so, dass das Markieren, das Live-Marken von Gegnern kaputt ist. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Manchmal ist es so, dass man diese rote Markierung setzt auf einen Gegner und innerhalb von einer Millisekunde verschwindet diese Markierung einfach wieder. Und es ist so, als wäre nichts passiert. Als hätte man nie markiert. Und das ist in manchen Situationen ein bisschen ärgerlich, wenn man so im Gefecht irgendwie sagt, ey, da ist ein Gegner und dann gleichzeitig markiert. Und dann weiß der Teammate aber überhaupt nicht, was eigentlich passiert ist, was eigentlich Sache ist. Und ich hoffe, das wird noch gefixt irgendwann in der nächsten Zeit. Was aber gefixt wurde, ist das Problem, dass man Teammates überfahren konnte. Das hat ja manchmal irgendwie funktioniert. Manchmal hat das Spiel nicht erkannt, dass dein Teammate im Auto sitzt und dachte irgendwie, das Auto ist leer und überrollt einen einfach. Jetzt geht das nicht mehr. Sehr gute Änderung. Also ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man seine Teammates aus Versehen überfährt. Dann ist es so, dass es an manchen Stellen noch einen Glitch gab, bei dem man unter die Map konnte. Da wurden auch nochmal Glitches gefixt. Und es gab irgendwie einen Glitch, bei dem man, oder Glitches, bei dem man an manchen Stellen durch Gegenstände schießen konnte, wo man eigentlich nicht durchschießen sollte. Und das geht jetzt auch nicht mehr. Dann gab es irgendwie ein Problem mit dem Tresorraum im Nakatomi Plaza. Da ist ja relativ guter Loot drin und viele Leute versuchen den natürlich zu öffnen. Wenn man die Karte nicht hat und den Tresorraum öffnen will, dann gibt es irgendwie so ein Geräusch, dass das eben nicht funktioniert. Und dieses Geräusch hat man nicht nur vor dem Tresorraum gehört, sondern im kompletten Nakatomi Plaza. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dann ist es so, dass man beim ballistischen Messer manche Tarnungen irgendwie nicht freispielen konnte. Das sollte jetzt funktionieren. Und beim 5-Milliwatt-Laser für die Sniper stand nicht dabei, dass der die Aim-Stabilität verbessert, obwohl er das macht. Und das ist einfach so ein Anzeige-Bug gewesen. Das wurde jetzt gefixt. Der Laser hatte aber die Wirkung. Und jetzt ist eben die Beschriftung auch noch richtig. Dann kommen wir zu den Waffenänderungen. Und da ist eine Änderung dabei, über die sich wahrscheinlich einige nicht so wirklich freuen werden. Die Amex wurde nochmal verschlechtert. Und was gemacht wurde, ist, dass der Headshot-Multiplikator von 1.62 auf 1.5 reduziert wurde. Wenn man Kopfschüsse trifft mit einer Waffe und es einen Headshot-Multiplikator gibt, und das ist eigentlich bei fast allen Waffen der Fall, dann wird der Schaden, den man macht, mal genommen, in dem Fall eben mit 1.5 vor diesem Update, mal 1.62. Und der Schaden wird dadurch erhöht. Und dieser Schaden, diese Schadenserhöhung wurde jetzt reduziert. Und der Schaden wird jetzt nur noch, in Anführungszeichen, mal 1,5 genommen. Bei einer Waffe wie die Amex, die aber eine relativ langsame Feuerrate hat und wo die Kugeln dann doch ein bisschen brauchen, bis sie beim Gegner sind, macht das schon was aus. Das muss man jetzt mal noch durchrechnen. Aber es kann durchaus sein, dass man jetzt einen Schuss mehr braucht, wenn man Kopftreffer landet. Das erhöht natürlich automatisch die Time-to-Kill. Und eben gerade bei einer Waffe, die eher langsam schießt, macht das dann nochmal ein bisschen mehr aus. Ravensoftware meint, dass die Änderung jetzt durchgeführt wurde, weil die Amex immer noch zu viel gespielt wurde auf Range und immer noch die beste Waffe für Entfernungskämpfe war. Und Ravensoftware mag eben oder will eben erreichen, dass man möglichst viele Waffen auf Entfernung spielen kann. Die haben ihre Statistiken. Wird schon irgendwie eine Änderung sein, die Sinn macht. Bin ich jetzt mal gespannt in der nächsten Zeit, wie sich das alles verändert. Ob wir weiter die Amex spielen oder ob eine Waffe, die auch wirklich gut war auf Entfernung, wie die RAM zum Beispiel, mehr gespielt wird. Wird sich zeigen, in den nächsten Tagen braucht ihr immer so ein bisschen, ein bisschen ein Meter-Shift irgendwie stattfindet. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Änderung sagt. Ich selber hatte jetzt das Gefühl, dass es nicht unbedingt nötig war. Muss ich gestehen. Eine weitere Waffe, die verändert wurde, ist die Fahrer. Die wurde aber wirklich verändert und jetzt nicht direkt verschlechtert oder verbessert. Was da gemacht wurde, ist, dass die Waffe jetzt im Nahkampf schlechter ist, dafür aber auf Entfernung besser. Es ist nämlich so, dass das Rückstoßverhalten angepasst wurde. Und der Rückstoß der Fahrer lässt sich jetzt einfacher kontrollieren. Eine Änderung, die zum Beispiel auch bei der AK gemacht wurde mit Season 3 Start und bei der AK auf jeden Fall viel ausmacht und die AK wirklich gut macht als Midrange-Waffe. Und jetzt ist es eben so, dass auch der Fahrerrückstoß einfacher zu kontrollieren ist. Und deswegen kann man die Waffe natürlich besser auf Entfernung spielen. Was dann gleichzeitig gemacht wurde, ist, dass die Streuung aus der Hüfte verschlechtert wurde. Also das Hüftfeuer ist nicht mehr so gut. Und das soll eben dafür sorgen, dass man die Fahrer nicht mehr so gut und nicht mehr so viel im Nahkampf spielt, sondern da dann eher eine MP auswählt und eben mit einer MP unterwegs ist. Raven Software meint halt, dass sie das eben vorhaben mit der Waffe und dass die Fahrer mehr als Range-Waffe gespielt werden soll, als das aktuell der Fall ist. Dann ist es so, dass tatsächlich die AUG aus Black Ops Cold War verändert wurde und zwar verbessert wurde. Die hat jetzt weniger Rückstoß, leicht weniger Rückstoß als vor dem Patch, vor dem Update. Und Raven Software meint da, dass sie vielleicht ein bisschen übertrieben haben bei den letzten Updates, bei den letzten Änderungen an der AUG und dass man die jetzt wieder ein bisschen besser spielen kann. Dann wurde bei der LW3 Tundra das Standard-Visier angepasst. Und das Standard-Visier hat so einen Fischaugeneffekt, der reduziert wurde, damit man da eben ein bisschen klarer rausschauen kann oder durchschauen kann und Gegner ein bisschen besser spotten kann. Und dann wurden drei Visiere direkt verändert und zwar das Dreifach, das Vierfach und das Zusatz-Multi-Zoom-Visier für die ganzen Waffen aus Black Ops Cold War. Und was da gemacht wurde, sind Änderungen, die dafür sorgen sollen, dass man diese Visiere besser auf Entfernung spielen kann. Und zwar ist es zum einen so, dass die Animation beim Feuern von den Visieren reduziert wurde. Also die bewegen sich weniger stark, wenn man feuert. Und dann ist es tatsächlich so, dass das FOV bei diesen Visieren erhöht wurde. Und damit meine ich jetzt nicht das normale FOV, das man hat, sondern wirklich nur das FOV, was sich auf das Waffenmodell bezieht. Und deswegen wirkt es so, als wären diese Visiere weiter weg. Was dann natürlich den Effekt hat, dass man besser links und rechts sehen kann, was vor einem passiert und man ja von der Sicht nicht mehr ganz so stark eingeschränkt wird. Aktuell ist es wohl so, dass die Leute für Fernkämpfe eher MW-Waffen benutzen. Und Raven Software hat das Gefühl, dass das vielleicht an den Visieren lag. Und deswegen werden die eben geändert. Und die Änderung ist jetzt gar nicht so wenig. Seht ihr gerade im Hintergrund. Halte ich jetzt für keine schlechte Sache. Ich meine, wenn wir mehr Möglichkeiten haben auf Entfernung und wenn jetzt die ganzen Black Ops Cold War Waffen besser performen auf Entfernung, dann ist es ja keine schlechte Sache. Und dann ist es noch so, dass der normale Schalldämpfer für die LMGs aus Black Ops Cold War verbessert wurde. Mit dem visiert man jetzt noch ein bisschen schneller an als vor dem Update. Vor dem Update hatte man einen 2% Boost beim Anvisieren. Jetzt einen Boost von 3,5%. Und nach dem Sprinten ist man auch schneller bereit. Vor dem Update war man 4% schneller bereit. Jetzt 5%. Ich würde trotzdem bei den ganzen LMGs eher den Agency oder den Crewschalldämpfer empfehlen. Man spielt ja mit den LMGs eigentlich auf Entfernung. Und da sorgt der Agency und Crewschalldämpfer natürlich für einen besseren Reichweiten-Boost. Trotzdem ganz nette Änderungen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Update sagt. Ich finde, da sind auf jeden Fall ein paar interessante Änderungen mit dabei. Ich bin gespannt, wie sich jetzt die Fahrer spielt. Und diese Änderungen an den Visieren sind auf jeden Fall auch eine spannende Sache. Ob man jetzt die Amex nochmal verschlechtern musste, weiß ich nicht ganz genau. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Für weitere COD-Videos lasst auch ein Abo da. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.